Das High-Kaliber-Weapon-Pack ist da! Ich hab's mir geholt und ich hab die Waffen auch schon ausgerüstet und wir gucken am besten mal in der Wuhonga, wo da richtig was mitgeht. Ja, da sind die drei Ballermänner. Also, das ist das Weapon-Pack. Und damit geht's gleich los. Wir gucken uns die Waffen noch mal kurz im Detail an. Also, hier die Flinte, die Strandberg 10GA Executive. Auch schon ziemlich cool gemacht. Sehr nice auch von den Details. Da bin ich sehr gespannt. Ich hab ja jetzt hier mit dem neuen Jäger bisher fast gar nicht mit Flinte geschossen. Also, das nehmen wir natürlich auch gerne mit, das Teil. Ganz klassisch natürlich mit der Flinten-Munition. Also, die verschiedenen, ähm, wo haben wir sie? Da sind sie, die verschiedenen Größen. Die Slug-Munition dann natürlich hier vier bis sieben. Und, ähm, eins für Hasen und ähnliches und Vögel, ne? Das kleine Vogelschrot. Ähm, ja, die ganzen Klassiker. Also, sechs bis neun mit dem großen, vier bis sieben mit dem, ähm, mit dem Normalschrot, mit dem Rehposten und dann eben Vogelschrot. Dazu haben wir dann als nächstes hier die Pistole. Auch wieder richtig krass. Da müssen wir auch nochmal eben kurz reingucken. So, da ist sie doch. Also, auch nochmal richtig, richtig krass. Man sieht auch sehr, sehr nice hier den, äh, rausgefrästen Innenteil. Dieses gedrehte. Sehr, sehr nice. Also, super krass von den Details. Sehr, sehr cool gemacht. Der Handgriff. Alter, fall da. Tipptopp. Also, richtig, richtig, richtig nice gemacht vom Style her. Und das Teil funktioniert eben auch mit einem richtig großen Scope. Das heißt, wenn wir das jetzt gleich hier verwenden, gucken wir mal eben rein, können wir das hier, da ist er, eben auch noch kombinieren. Mit dem dicken, fetten Scope. Das heißt, richtig nah ran zoomen. Tja, quasi ein Einhandgewehr. Also, richtig, richtig heftig auch das Ding. Das ist eben hier für die Munitionsgröße. Da haben wir es. 45 bis 70. Ja, wir decken damit 4 bis 9 ab. Also, auch richtig, richtig krass. Und das nächste Teil, ja, 7 bis 9. Ich glaube, da haben einige drauf gewartet. Arsina. Das sieht auch richtig krass aus. Gucken wir da mal eben rein. Also, sehr, sehr schnell soll das ja auch sein von der Schussfolge. Da bin ich auch mega gespannt. Deswegen auch jetzt hier gleich auf der afrikanischen Map und mal gucken, was da so geht. Auch sehr cool hier mit diesem Griff, mit dem angebundenen. Hinten alles sehr, sehr leicht gemacht. Einfach nur. Also, tip top. Vom Style her sensationell. Die verwendet, wie gesagt, hier die 300er Geschoss, die 300er Kaliber, 7 bis 9 für die Klassen. Und damit gehen wir jetzt einfach mal rein. Ausgerüstet ist alles. Wir fangen hier an. Einmal mit der Flinte sozusagen. Die Flinte habe ich jetzt erstmal mit dem Vogelschrot ausgerüstet. Auf der 2 dann natürlich die Pistole. Mit und ohne Zoom. Auch sehr gut. Passt schon so. Spießbock. Brunftig. Sehr gut. Und da ist der neue Ballermann. Auch ein ganz, ganz böse. Mit der dicken Schraube hier vorne drin und so Sachen. Jo, moin. Vierer Spießbock. Sehr schön. Entfernung. Ziemlich genau auf 150 Meter. Das ist doch der richtige Einsatz. Sechser bis. Ne, da sind wir schon drüber. Da sind wir doch schon drüber hier mit dem Großen. Sieben. Also, da müssen wir hier mit der Pistole rein. Erster Einsatz der Pistole. Auf Spießbock. Auf 150. Habe ich gar nicht. Ich habe auf 100. Das heißt, ich muss ein bisschen drüber aimen. Und da wird das schon ein bisschen tricky. Da wird das schon ein bisschen tricky. Weißt du was? Ich rocke noch mal ein bisschen näher ran. So, der Hund sitzt da hinten. Jetzt gucken wir mal eben von der Entfernung. Das sieht doch schon ganz gut aus. Gehen wir mal auf 120. Leicht drüber gehalten. Und dann. Ja, vornherein müsste es doch eigentlich ganz gut gehen. So. Immer noch ruhig. Ey, ey, ey. Warnruf direkt der Nächste. Direkt der Nächste. Wachsam, aufmerksam. 175. Hör doch mal auf. Was ist denn hier los? Der hat sich gar nicht richtig verscheuchen lassen. Kriegen wir den auch noch direkt? Dann machen wir direkt den Vergleich auf 200 Meter ungefähr. Gehen wir ein bisschen weiter rüber. Das wär's doch. Na, dreht er sich? Ne, er bleibt so stehen und frisst. Okay, dann versuchen wir es mal von hier oben. Da haben wir doch ziemlich genau die 200 Meter. Das passt doch. Sehr gut. Reload. So. Die dicke Munition rein. Dann haben wir auf 200 Meter genullt. Jawohl. Und jetzt wieder gut festhalten. Da war er. Ich hoffe, er liegt. Ich hoffe, er liegt. Aber erstmal heben wir den anderen auf. Hammerhart, Alter. Sound ist okay, oder? Ist ganz okay. Also für so einen kurzen Lauf und alles. Das passt doch ganz gut. Ja, wir schicken mal den Hund los. Irgendwo hier vorne war doch der erste Spießbock. Na siehste. Der erste Anschuss. Das sieht doch gut aus. Aber er ist doch noch ein Stückchen weit gekommen. Ja, Feini. Sehr gut. So, dann gucken wir doch mal rein. Goldwertung beim Spießbock. Ja, richtig schöne Hörner. 304 von der Wertung. 337 wäre dann erst dir. Aber das sieht doch schon ganz gut aus. Und getroffen hier. Ziemlich gut frontal. Ja, durch den Knochen sogar noch durch. Ja, wahrscheinlich wäre ohne Knochen auch noch die zweite Lunge getroffen. Wäre bestimmt noch ein bisschen weiter reingegangen. Aber es passt doch. Also für so ein Geschoss ist das doch gar nicht verkehrt. 66,6er Effizienz. Ja, hätte ein bisschen besser gehen können. Andere Posi wäre es bestimmt besser gelaufen. Aber es passt also. Dafür, dass es jetzt ein Pistolenpunkt ist. Zack, angenommen ist das doch gar nicht so schlecht. Da kommt das Geld rein. EP-Bonus. Halali. Halala. Und da haben wir so die Pistolenpunkte. Plus 32. Als Low-Level ist das natürlich immer richtig nice. Was haben wir denn hier mit dem Jäger? 26 schon. Ja, er macht sich. Streifengnu in 4. Umherziehend jetzt gerade. Oh, sag bloß, da läuft jetzt gleich eine ganze Gang Streifengnus hier lang. Auch alles 6er. Das ist natürlich jetzt so ein Ding. Wenn hier so viele 6er sind, bin ich natürlich dann mit der mit dem großen Ballermann. 7 bis 9. Immer knapp drüber. Und da vorne sind tatsächlich schon auf. 160 Meter. Oh, da muss ich ja direkt reagieren. Direkt vor mir. Hund, bleib stehen. Da müssen wir jetzt gucken. Wo sind sie hin? Oh, da oben sind sie schon. Da oben schon Streifengnu. 170. Warum entspann dich ein bisschen? Rumpfschrei. Da kommen noch mehr, ne? Die Frage ist, wie viele kommen. Ach, du schandest direkt vor meiner Nase. Loll, nicht getroffen? Doch getroffen. Die ganze Gang kommt hier rauf. Hör doch mal auf. Und da hinten rennen sie weg. Noch ein 4er. Abgefahren. Ja, Hund ist doch gut. Abgefahren. Das war close. Zack. Goldwertung. In, ja, Fellart Gold. Auch nicht schlecht. Nehmen wir doch auch gerne so mit. 36,5. 37,6 wäre dia. Also, das lässt sich doch schon richtig gut sehen. Mitgenommen das Ganze. Ja, und jetzt gehen wir weiter zum Spießbock. Schön. Streifengnu hat auch richtig gut funktioniert. Naja, auch 50 Meter, ne? Da ist er doch. Der zweite Spießbock. So, auch hier gucken wir eben rein. Wieder eine Goldwertung. Und von der Seite, ja, aber so gerade eben. Also, so richtig viel Durchschlagskraft hat das Ding dann doch nicht. Das war jetzt einfach komplett weich in die Lunge rein, ohne Knochen. Ja, also ich sag mal, ist es okay von der Durchschlagskraft? Kann man machen. Dafür, dass das hier, da ist das Ding an, Stufe 4 bis 9 ist. Bin ich gespannt. Und da bin ich gespannt, wie das bei 9ern dann aussieht. Also, wird halt reichen, ne? Das ist schon gut. Und bei 4ern, oh mein Gott. Das ballert dann richtig rein. Bei Wildschwein oder bei Wölfen oder so. Das wird schon bestimmt ordentlich Wirkung haben. Aber jetzt gerade bei den 6ern war es okay. Also, es hat funktioniert. War ganz okay. Die Flinte muss ich dann auch gleich nochmal checken. Wobei, das lade ich mal direkt nach. Munition. Das machen wir mal direkt. Hier ist 6 bis 9. Und das andere ist 4 bis 7. 6 bis 9. Das ist jetzt hier das Geschoss, ne? Genau. Also, die Slug-Munition auf der Flinte. Dann gucken wir uns das nochmal eben an. Direkt nachladen. 4 Schuss. Sehr praktisch. Hier können wir jetzt auch nochmal ein Scope drauf machen. Also, entweder so mit der Flinte direkt. Oder eben mit nem... Ja, was ist das? Ist das ein Zoom? Noch nicht mal. Einfach nur so ein Dot. Und dann gehen wir damit jetzt nochmal weiter. Da vorne waren noch ein paar von den Streifen-Bloos. Vielleicht kann ich die ein bisschen umlaufen, dass der Wind ein bisschen besser steht. Oha. Oha, 100 Meter close. Oha. Bahnhof. Haut er direkt ab. Ne, geht langsam. Auf 100 Meter. Ist genullt. Oha, das ist natürlich tricky. Das ist tricky. Sehen wir den so? Ja, jetzt. Achtung. Nochmal einen nachgesetzt. Ja, auch das natürlich einen richtig schönen, satter Sound. Nicht so schlecht mit der Flinte. Kann man machen. Gucken wir mal, wie das hier aussieht mit der Slug. Oha. Groß getroffen. Im Abdrehen gerade. Im Wegdrehen. Oder war das der Erste verschossen? Dann war das die Fluchtbewegung. Und der Zweite hat getroffen. Kann gut sein. Kann gut sein. Also das ist natürlich auf die Entfernung dann schon ein bisschen tricky. Ziemlich genau 100 Meter. Ja, da werden die Tiere natürlich richtig, richtig klein. Ich nehme das mal an. Da sind auch hier, ich würde sagen, nahezu meine ersten Flinten Points. Da kommen die XP rein. Und dann kommen die Points rein hier für die Flinte. Ja, und aufgrund des Levels sind da auch natürlich allgemein noch gar nicht so ganz viele Skillpunkte drin. Aber es passt schon. Also, ich bin schon ganz zufrieden. Gucken wir mal. Einen nehmen wir uns noch mit. Mit damit. Äh, mit dem, mit der Flinte. Und dann gucken wir nach dem ganz Großen. Oh mein Gott, wir gucken direkt nach dem ganz Großen. Genau die wollen wir doch haben. Genau die wollen wir doch haben. Siebener. Dreier. Zweier. Dreier da hinten noch versteckt. Zweier noch versteckt. Genau die wollen wir doch haben. Wir haben fünf Schuss. Einen Siebener. Einen Siebener. Noch ein Siebener. Der Wind steht perfekt. So soll das auch sein. Wir sind auf 350. Versuch mal auf so ungefähr 300 Meter reinzukommen. Oh mein Gott. Nee, Algen. Geh weg. Kann ich jetzt gerade nicht gebrauchen hier. Geh weg. Ja. Ich bin böse. Pfft. Ksch. So. Verscheu ich mir die, die Bisonden da hinten nicht ein. Eieiei. So, siehst du, da sind wir doch schon nah dran. Schon auf unter 150. Da kann ich ja bald No-Scope drauf. Na, kann ich doch nicht. Ich sehe es ja gar nichts. So. Ich sehe aber auch trotz allem so wenig hier, ich sage dir, da ist der 7er, 120. Da hinten war irgendwo noch ein 7er, irgendwo in dem Getümmel drin. Die drängen sich aber auch hier dicht an dicht. Gucken wir mal eben. Durch den Baum hier durch. 5 Schuss. Ja, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Das sieht doch gut aus. Was ist mit dem da? Das ist ein 3er. Da unten. Ach, hier ist noch ein 6er zwischen. Ne, das ist ein 2er. Da ist der 6er. Und das ist aber ein Haufen hier. Ja, dann werden wir da mal rein eskalieren, würde ich sagen. Und ich bin gespannt. Oh, hä? Der war voll daneben geschossen. Ja, so viel zum rein eskalieren. Das war jetzt natürlich vom Schusswinkel vielleicht doch nicht so ganz ideal. Aber vielleicht kriegen wir da noch was nach. Oh, da sind wir auf 200 Meter. Das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Auf 300 Meter. 300 Meter. Die sind natürlich jetzt so schräg. Das sieht doch gut aus. Und direkt nochmal einen hinterher. Ne, der war drüber. Der müsste aber gepasst haben. sehr verhalten vom Sound, ne? Sehr gedämpft. Aber eigentlich ganz cool so. Kriegen wir nochmal einen ordentlichen A-Schuss hin. Auf 25 schon runter, jawohl. Krass, von der Optik das Ding. Ganz, ganz wild. Vom Sound her. Hm, ja, ist schon sehr gedämpft. Ist schon sehr gedämpft. Nagelt so ordentlich rein. Hätte vielleicht ein bisschen bisschen böser sein können, oder? Bisschen dreckiger vom Sound. Also, hier vorne war direkt der erste Anschuss. Das war der erste und der gezielte. Ich glaube, das ist der wichtige. Na, guck, und der ist bestimmt dieser hier direkt. Der ist dann auch gar nicht so weit gekommen. Der Siebener. Passte das? Goldwertung. 131. Sehr schön. Fellart Grau. Ein Schuss. Ja. Ja. Das hätte ich jetzt auch so erwartet. Vorne rein. Beide Lungenflügel auch direkt getroffen. Bei dem dicken Brocken hier. Das passt. Das passt doch gut mit der 300er. Also, ordentlich durch. Beide Lungenflügel. Jetzt gerade kein Knochen. Schön. Kann man so machen. Passt. Bin ich auch ganz zufrieden mit. Schuss Reihenfolge. Schuss Frequenz. Da muss ich nochmal ein bisschen gucken. Da oben liegt auf jeden Fall auch noch was. Gucken wir auch nochmal nach. So. Mann, Mann, Mann. Ist ja doch noch ein ganzes Stückchen weit gekommen. So, Feini. Und dann gucken wir mal eben. Ei, 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 ei. Muskel 21. Hüfte, Darm. Hinten einmal rein. Jawohl. In die Haxen. In den Orsch. Und nochmal in die Haxen. Ja, komplett verschossen. Aber ich muss sagen. Hm. Also. Das war jetzt auf 270 Meter. Ein Schuss, der so einigermaßen gut reinging. Also so die übertriebene Durchschlagskraft ist es nicht, ne. Übertrieben ist es nicht. Aber ich denke, es reicht für die, äh, für die meisten Tiere. Da ist nochmal ein kleiner Kodu. Ähm. Vierer Kodu. Das wäre jetzt wieder was für die Pistole. Also überall nochmal die kleineren Kodus. Das ist noch ein Dreier Kodu. 200 Meter. 220 Meter. Probieren wir nochmal mit der Pistole, wa? Auf 200 Meter ist sie genullt. Und noch ein Dreier Kodu. Auch hier ist gar nicht weggerannt. Was ist denn hier los? Haben die so viel Scheuch, äh, so wenig Scheuchwirkung? Auf 100, auf 150 liegt er. Und die kleinen Hasen auch noch da. Abgefahren. Ja, im Großen und Ganzen, ich würde sagen, eine schöne Ergänzung. Nicht zwingend ein Must-Have. Ist es ein Must-Have? Nö, ist es irgendwie nicht. Das ist irgendwie ganz nice to have. Nö, gar nicht schlecht. Und ich denke, ich werde auch noch, äh, gerade mit dem Großen Ballermann noch mal ein bisschen mehr rumrennen. Und, äh, den speziell nochmal in, äh, in mehr Action ausprobieren. Denn der soll ja recht schnell schießen können. Hohe Schussreihenfolge. Ähm, gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, ob ich schon dieses schnelle Nachlernen und sowas, äh, geskillt habe. Aber, im Moment fühlt es sich gut an. Ähm, Durchschlagskraft ist durchaus okay. Jetzt gucken wir gerade nochmal eben nach den Kodus. Na, guck. Da liegen sie beide im Pfeffer. Links und rechts. Feini. Direkt gefunden. Platz. Also, das war der hintere. Silberwertung. Ja, 127. Grau. Sehr, sehr nice auch vom Geweih, ne? Sehr, sehr, sehr nice auch vom Geweih. Sieht einfach mega schick aus. Hammerhart, äh. Hammer, hammerhart. Ähm, ja. Direkt getroffen. Zum Glück noch bis in den Darm. Also, dafür reicht es dann natürlich, ne? Stufe 4. Und, äh, die Munition. Die Munition auf dem, äh, Klein ist eben von 4 bis 9. Also, dafür, ja. Aber, so, also bis 9, das ist halt der Punkt. Bis 9 ist das schon, es ist schon knapp. Es ist schon knapp. Ich weh's ja nicht, ob das so der Burner ist. Aber für ne Pistole halt mega praktisch. Nächstes Ding, Goldwertung. Auch richtig nice. Ähm, 51 ist die ja. Ah, sieht einfach mega schick aus, äh. Sensationell. Richtig cooles Geweih auch schon. Tipptopp. Direkt in die Seite rein. Jawohl. Na guck, Herz sogar auch noch mitgetroffen. Beide Lungenflügel, Herz. Ja, das war quasi instant. Nice. Also, klappt doch ganz gut. Auf 226 Meter mit dem Geschoss. Ja, dafür reicht es, wie gesagt, mit der Pistole. Sehr schick mitgenommen. Aber, ja. Ein Must-Have, würde ich sagen, ist dieses Weapon-Pack nicht. Es ist ein Nice-To-Have. Aber ein Must-Have, gerade auch für den Anfang, glaube ich, eher weniger. Später im Game, einfach als Ergänzung oder als nette Spielerei, glaube ich, gar nicht verkehrt. Jo, soviel dazu. Ich renne jetzt noch ein bisschen rum und suche ein paar Büffel und übe dann nochmal so ein bisschen mehr so auf Masse. So schön, ein nach dem anderen. Kriegen wir das hin hier. So schnell könnte es gehen, wenn das Ding nicht so doll hochreißt. Mal gucken, ob ich da noch ein paar Skill-Punkte irgendwo verteilen kann. Und, äh, dass es dann vielleicht ein bisschen besser und ruhiger in der Hand liegt. So, ihr Lümmels, das war's. Ich geh jetzt noch ein bisschen weiter jagen. Weidmannsheil, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.